Also, du bist deutsch, du kannst fliegen. Jo, ich bin deutschländer tatsächlich. Gut, damit sollte unsere Runde ja ziemlich easy von Stappen gehen. Holzstapel. Willst du mal eine... Hacker, das ist so ne Hacker. Der andere ist unten, Nick. Willst du mal eine Nachricht dalassen, er sagt, dass er findet, dass unsere Videos zu cringe sind. Ist ja da schwul. Was würd ich jetzt so sagen? Ich kenn ihn nicht, aber so ne Aussage sagt schon relativ viel aus. Ja, ne, keine Ahnung. Geben das Seiner bei uns bitte das Meister, ne? Das find ich richtig. Was soll das denn jetzt bitte werden? Alter, der Typ nervt mich langsam. Geht das schon in Richtung Nervensäge? Boah, hallo, einer nach oben. Seine Mutter ist schwul, der ist wieder unten und jetzt ist er wieder oben. Sehr schön. Also sonst in der Runde dann hoffentlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen. Na gut, guck mal. Eine Runde muss man denen auch schenken und ich hab jetzt ne Köder gekauft. Der eine ist diesmal nicht unten durch. Ich hab die Autosniper. Der eine ist oben, sehr schön. Ich hab nen Autosniper. Was? Alter, das ist halt wirklich schwer. Pant. Pant, ich bin auf dem Dach. Okay. Ja, du sollst es auf dem Dach branden. Das ist ne neue Brandspot auf Lake. Halt's ob! Nein! Halt's ob! Halt's ob! Ja, der hat sich so durch seine ganzen Schüsse verraten, der Typ. Halt's ob! 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 Schreib mal GH bitte! Oh, 2 in 7! Schon stabil! Ne 4er KD, er hat ne 0,2er KD. Vor allem der so, es ist ne C-Map oder? Es ist eine Map, zu der wir es erklären. Das heißt, wenn wir es zu ner CT-Map erklären, dann ist es ne CT-Map und umgekehrt ist es nicht. Naja, du könnt's ihm LED zu einem Toaster erklären, dann ist ihm LED ein Toaster oder específic. Ja, genau, darauf reicht's grad hinaus. Halt's ob! Halt's ob! Halt's ob! Halt's ob! Ganz ähnlich, wenn die n Toaster als Waffe da mit reinbringen würden, ne. Mit so nem Rucksack, AsJall-Motstrom, oder even Grat Ader. Ich mag過去! Ganz kurz, we restructured er, er hat nicht mal versucht, mich zu besiegen. Jetzt kommen Ausrede an den Starten Und noch so ein Null-Sturm-Allegat und so, weißt du, alles mögliche dabei Selbst dann, wer den Pappen kann, also Ja, jetzt zum snipen dahinten Safe and planned Jaaa Warte, 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 warte IRRE! GENOMM! Moment, wie er das SS-Saver damit umracht Schön gewesen, ne? Ich glaub, wir haben jetzt angemacht Ehrlich, da hilft nur nach oben rushen Der eine ist bei uns, äh, beim Spawn Also noch der Digger, der Typ schreibt One-Tap Hat mir in zwei gegeben Nein, er sagt One-Tap, Digger Einer ist unten oder so Beide bei mir, beide bei mir draußen Komm bitte Was? Sehr schön, Nick One-Tap Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat Wie viele Likes, Paul? 1.000 Äh, 12.000 diesmal Okay, Leute, 12.000 Likes, wenn es euch gefallen hat Wie viele Kommentare? 99 Alles klar, Leute, 99 Kommentare, bitte, danke, tschüss Ciao 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 dschüss b Wie viele Likes